Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Okay, da hast du völlig zu weit geworfen. Ja! Jetzt freut er sich auch drüber. Der hat öfter Piepen da. Denk jedes Mal, da ist eine Granate irgendwo. So. Wo ist der Typ denn? Autsch! Das kriegen die im Leben hin. Ich muss das nochmal machen. Und die funktionieren jetzt diesmal auch. So. Ja, geht der jetzt erstmal weg. Ist das safe? Jawohl. Oh Gott, ey. Piss dich, ey. Ich hab auch nicht mal Heilung. Wo ist denn der nächste Sniper jetzt hin? Oder er kommt hierher? Oh Gott, ey. Wie dumm! So. Egal, ich bin doch extra weggerannt. Das ist der Typ die ganze Zeit laufen. Er ist nervtvoll. Die Dinger sind freundlich gesinnt, ne? Ja. Wie soll ich den denn so treffen, wenn er die ganze Zeit rennt? Ich hab die ja so schon kaum getroffen, wenn sie stehen. Aber das ist ja wirklich Horror hier. So, das weiß ich grad nicht mal, was mich jetzt grad getroffen hat. Der Ding, was trifft mich da auch noch von der Seite. Soll ich jetzt mal da hingehen? Ach, da. Da ist auch noch einer. Hä, und trifft das denn nicht? Wo schießt du denn hin, ey? Alter, wo schießt der denn hin? Alter, wo schießt der denn hin, ey? Ich muss da erstmal wieder zurückgehen irgendwie. Hier absaven. Irgendwie muss ich da erstmal rauskommen hier. Und die da hinten erstmal killen. Wo ist denn der andere? So, ich speichel jetzt hier nochmal ab. Der Typ der hier muss ich irgendwie wegkriegen. Irgendwann mal dahin zu schießen, so wild. Irgendwann wird der schon wieder vorbeikommen. Jawohl, der ist eigentlich weg. So, ist da noch irgendein Sniper da? Nee. Oh, die Sniper sind wirklich ekelhaft hier in dem Spiel. Oh, wo ist denn jetzt hier noch einer, ey? Wollte mich denn jetzt kohlen, ey? Wo ist denn jetzt hier noch einer hin, ey? Ach, Leute, ey. Wo ist denn der? Wo ist der denn? Mal gucken, wo der Schuss herkommt. Von da? Hier ist aber niemand. Irgendwann versucht er auf mich zu schießen, aber ich sehe niemanden. Ich gehe mal ins Rampenlicht. Ganz einfach deswegen, dass ich sehe, wo der ist. Von da irgendwo. Hä, wo denn? Da oben. Ich sehe den ja nicht mal. Er ist da. Ist das denn ganz da oben? Oh Gott. Hilfe. Oh Gott. Die Attacke finde ich aber auf der nutzen müssen. Ja, genau. Fall runter, du Arsch. Lass es jetzt bitte der letzte gewesen sein. Natürlich nicht. Wo ist denn jetzt der nächste? Da hinten, natürlich. Wie viele sind das denn noch? Langsam reicht's. Können ja ein paar platzieren, aber doch nicht überall. Ich brauche eine ordentliche Waffe jetzt. Ich bin ja nicht die, sondern... Das ist toll, genau. Wo ist der jetzt? Da hinten. Ah, da. Alter, wie viele Sniper sind denn das? Das ist ja krass. Lass mich raten, wieder keine Heilung, ne? Ach ja, klar. Natürlich kommen auch wieder welche runter. Komm, schießt euch selbst ab. So. So, wenn ich jetzt den Knopfdrücker aufpasse... Vielleicht kann ich sie auch runterwerfen. Kommt her. Ja, natürlich kommen sie erst dann, wenn ich weitergehe. Bestimmt wird ja geskriptet, ne? Darauf warten, als ich weitergehe. Vielleicht versuchen sie einfach abzuschießen, Wild. So, jetzt hoch da. Äh, ja. Danke. Fahrstuhl, dass du wieder runterfährst. So. Ich brauche mal Heilung. Das kann doch nicht sein, dass wir keine Heilung hier anbieten. Können doch zumindest mal eine Heilung hier irgendwo hinstellen. Wird wirklich nicht so viel verlangt. Boah, toll. Jetzt komme ich hier nicht mal hin, weil ich das Glas zerschossen habe. So. Her damit. Komm her. Scheißteil. Fahr. Alter, eh. Das ist krass. Da ist eine Heilung. Her damit. Her damit. Hä, wo ist die Heilung? Wo ist denn jetzt die Heilung? Er hat doch eine Heilung aufgenommen. Wo ist die hin? Null. Hä, warum habe ich null? So, jetzt macht es Sinn, dass ich null habe. Aber warum hatte ich gerade eben noch null? Alter, diese Dinger siehst du nicht mal. Also zumindest hier irgendwie ein Medi-Pack zu platzieren, wäre ja auch echt nicht verkehrt gewesen, ne? Alter, das ist doch nicht möglich. Ich hau gleich einen Heilungs-Cheat hier rein, wenn das nicht weitergeht. Also ich habe ja bisher in diesem Spiel noch nie gecheatet, aber irgendwie wird das jetzt bald Zeit. Denn das nervt mich einfach hier, dass ich hier einfach nicht weiterkomme, weil hier die... Weil ich einfach keine Heilung kriege. Vielleicht soll ich auch mal aufs Lichtschwein wechseln. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. So. Vielleicht kriege ich so mehr eine Troppe. Vor allem, weil ich so eine Runde-Umsicht habe. Ich muss eine Bombe explodieren lassen. Ich bin tot. Ich habe da oben gerade unknown command. Ich habe gar keinen command angegeben. So, komm, mach auf da. Och, komm, das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier. Jetzt ist da ein Loch. Alter, das Spiel ist sowas von... Das ist bestimmt zehnmal schwerer als der andere Teil. Lauf, lauf, lauf. Auf da, so, weg da. Kein Bock mehr auf euch. Tschüss. Ja, natürlich, natürlich sind da auch noch welche. Alter, was habt ihr denn bitte genommen, als ihr dieses Level designt habt? Was habt ihr bitte euch... Hä, was habt ihr genommen beim Level-Design? Was macht kaputt da? Alter, was haben die Entwickler hier bitte für ein... Für ein Alkohol genommen, als sie das hier genommen... Als sie das hier programmiert haben, das Level. Nicht mal eine Heilung hier zu platzieren. Alter, der legt den Scheiß-Granaten, ne? Der hätte doch zumindest eine Heilung platzieren können. Soll ich da bis 14 Lebenspunkten diese ganzen Gegner besiegen? Und planen, warte mal. Jetzt... Alter, der führt doch die Machtattacke aus, wenn ich drücke! Ich hab doch 10 Mal gehämmert. Und ich hab bestimmt so 10 Mal auf die 1 gedrückt und er hat einfach nichts gemacht. Das ist eine Abklingzeit? Tatsächlich. Oh, fuck, ey. Weg da. Du gehst auch weg. Komm ich da hin? So, jetzt versuche ich mal hier zu speichern. Okay, jetzt muss ich irgendwie von da aus... Versuchen hier weiterzukommen. Alter, das ist sowas von krank, das Level. Das ist so krank, das Level. Also ich werde jetzt einfach mal gegenseitig umbringen, alle. Alter, ey, das ist doch krass. Also wer dieses Level designt hat, hat wahrscheinlich echt ein Problem mit Menschen gehabt. Wie viel sind denn das? Noch ein dritter oder was? Ich hab jetzt schon zwei gesehen. Also wer dieses Level designt hat, muss einen ordentlichen Menschenhass gehabt haben. So. Noch ein Versuch. Ja, hallo, ich hab noch gedrückt. Das Spiel wird dadurch nicht einfacher, stellt euch vor. Wenn ich Tasten drücke und das nicht mal angenommen wird. Jetzt hat's funktioniert. Oh, nicht renn doch noch mitten rein, ich vollidiot. So, jetzt bitte annehmen, wenn ich die Tasten drücke zum Schieben. So, jetzt schnell weg, 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 weg. Ach, natürlich, noch ein Sniper im Westen auch noch. Ich hab zwei fucking Lebenspunkte, ne? Aber ich hab doch gerade irgendwo die Heilungsdinger gefunden, nicht wahr? Welche Klasse war denn das jetzt da? Back da. Danke, endlich. Wir hätten so auch unten platzieren können, ne? Das ist eigentlich neu. Aber das ist verschenktes Leben hier. Oh, die Sniper, die nerven so hart, ne? Vor allem, weil ich dann einfach nicht sehe, wo die herkommen. Und dann auch noch so viel Damage rausballern. Das ist einfach nur krass. Also, für alle, die sagen, dass die vorigen Levels schwer waren. Der hat mich jetzt mal ernsthaft getroffen. Soll ich dieses Level mal spielen. Der bekommt ja Heimweh nach den anderen Leveln. Ein bisschen weiter versuchen, ihn wegzustellen, dass der mich nicht angreift. Wo war denn diese andere Waffe, mit der ich so ranwisieren konnte? Das geht schlecht. Oh, verdammt. Jetzt ist da der Fahrstuhl. So. Der Fahrstuhl, der soll am besten einfach hier stehen bleiben. Weil wenn ich jetzt hier raufgehe, dann fährt er bestimmt runter, ne? Ja, ja, ist klar. Ich weiß, dass der andere Typ da jetzt nicht rauf rennt. Genau, bleib schön da unten stehen. Alter, das darf doch jetzt nicht sein. Ich kann die nicht sehen. Ich weiß nicht genau, wo die stehen. Okay. Endlich. Okay, einer weniger zumindest. Erstmal. Das ist ja meine richtige Waffe jetzt hier da. Lass mich raten, jetzt bestimmt noch 20 Stück oder so. Dem Spiel traue ich ja mittlerweile alles zu. So, da gehe ich jetzt auch nicht rein. Ich werde vergessen. Ich könnte jetzt sowas von vergessen, dass ich da jetzt reingehe. Ach, natürlich noch einer mit diesen blöden Bomben. Und Sniper da hinten, auch klar. Auch in der Scheißposition. Steht der denn überhaupt? Da oben steht der. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt ist der Bombenarsch da. Oder unten ist es eine Heilung, die will ich auf jeden Fall haben. Das saft noch einer. Ja, ich habe es gewusst. Die Heilung will ich auf jeden Fall haben. Okay, aber die nutze ich erstmal noch nicht. Gehen wir für einen Notfall auf. Da unten vielleicht doch noch irgendwas. Ja. Ich habe hier ruhig schon ein Lichtschwert, ne? Okay, jetzt kann man nämlich auch hier durch. So, jetzt mal vielleicht wieder auf Lichtschwert zu gehen. Vielleicht ist das gar nicht mal so blöd. Ich will hier unbedingt so schnell möglich weg von diesem Ort hier. Weil das ist einfach nur eklig, diese Kack-Quest. Ich muss hier irgendeine Waffe an ihm da raufballern, ne? Ja. Hässlich. Vielleicht ist dieser Typ, der ganz in den Kreis gerannt. Das weiß ich auch noch. Ach, natürlich. Nein, du sollst das Lichtschwert da hinwerfen. Fuck, du. Endlich, ey. Ich habe wieder nur so wenig Leben, ey. Hä? Was war das denn? Ja, gut. Ich sehe heute, man kann hier einfach einen Doppelklick auf die Spielstelle. Warum denn? Kann man da gar nicht drüber springen? Kann das sein? Wie das Spiel jetzt wieder irgendwas Unmögliches? Was haben die Entwickler hier bloß genommen? Der Entwickler von dem Level muss wirklich einen Menschenhass gehabt haben. Das ist ja unglaublich, dieses Level. Irgendwie kann ich doch bestimmt eine Brücke hier ausfahren. Und wie mache ich das? Ach, natürlich steht da hinten auch wieder ein Sniper rum. Ist ja klar. War da doch gleich das ganze Level voll mit denen. Wo ist der denn? Da oben drin? Ne. Irgendwo hier muss der doch stehen. Wo ist denn jetzt der Sniper von gerade eben? Ich weiß nicht, dass ich da jetzt drüber komme. Ich muss irgendwie diese Brücke ausfahren. Und davon muss ich bestimmt hier rein. Aber hier komme ich nicht rein. Ich habe in dem Spiel ja schon alles Mögliche erlebt. Deswegen versuche ich einfach mal so reinzukommen. Und das funktioniert sogar. Ah, so komme ich natürlich auch wieder raus. So, speicheln. Geht eine Menge Munition kriegen wir auf jeden Fall. Äh. Ich meine, ausnahmsweise mal kein Gegner. Aber dafür ist gerade ein unbekannter Weg. Was ist denn der Scheiter jetzt hier für? Da, ne? Ich muss mich ja auf die Probe setzen. Ob ich die Machtgeschwindigkeit kann. Warte mal. Kann ich das Glas irgendwie kaputt machen hier? Nö. Ah, warte mal. Ich muss die Kiste wahrscheinlich hier raufziehen. Und dann werde ich die Kiste wieder wegschieben. Ah, perfekt. Ne, das machen wir nochmal. Das war doof. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich einfach das Lichtschwert benutzen sollte. Jetzt rennt er weg. Zack, was habe ich jetzt gemacht? Oder ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier ein Session ändern der Stelle. Ich habe es schon überzogen. Darf ich sagen, euch hat eure Zeit und möge die Macht weiterhin auch in dieser Hölle hier mit euch sein. Ciao. Die Folge Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast ist damit leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du Playlist in der alle Folgen, die du dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dafür kannst du jetzt einfach nie bitte klicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Ciao.